Nice, nice. Schattenwelt TV. Checkt's out. Yo, ihr seid bei Schattenwelt TV. Ich muss jetzt zum Fuß hören. Ich bin hier gerade bei Schattenwelt TV, Alter. Es geht an alle Priddos, an alle Kölner, an alle Herren. Checkt das ab, ich bin hier. Yo, Schattenwelt TV, direkt aus der Türkei. Deutschland? Deutschland? Ausländer. Ausländer. Auf jeden Fall. Schattenwelt TV heute von Biggie Branks live und direkt von seiner Party. Da gehen wir jetzt mal hin und checken das so aus. Hakanabi habt ihr ja schon gesehen. Ist beim Friseur, macht sich hübsch. Und wir gehen jetzt auch mal darüber. Kommt mit, kommt mit. Ihr guckt Schattenwelt TV. Was geht ab, Leute? Hier ist Biggie Branks. Damir. Damir aus dem Jugendzentrum am Start hier heute bei Schattenwelt TV vom Jugendzentrum Gremberg. Wir feiern heute deine EP-Release-Party. Wer hat das wirklich gemacht, dass du heute hier feiern kannst? Erstens, ja, ich weiß. Das Jugendzentrum Gremberg. Damir. Und halt alle, die mitgeholfen haben, alle, die das organisiert haben, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin so platt. Ich bin seit 11 Uhr hier. Und davor die Tage, davor die Monate sehr viel Werbung gemacht. Und ja, im Moment geht's noch. Ich hoffe, es kommen noch welche. Hand aufs Herz. Das war ein Unling, das alleine zu stemmen, oder? Ja, man, niemand hat zu seinem Wort gestanden. Und sagen wir mal so, weißt du, Bruder, ich komme, Bruder, ich komme, weißt du. Aber egal, ich will die Leute nicht schlecht reden. Heute soll ein super Tag werden. Und kein Stress, alles gemütlich. Und Biggie Branks, check it out. Wir bedanken uns bei Biggie Branks für diesen wunderschönen Tag heute bei uns im Jugendzentrum. Bis dann. Ja, ich bin King Teko. Ich bin in meinem Secret. Yes. Auf jeden Fall sind die gerade Backstage. Wir chillen noch ein bisschen, gleich geht's los. Wird auf jeden Fall super besprochen. Also Freestyle jetzt. Alles super. Ich glaube. Yo, hier ist EZ, checkt Schattenbett-TV ab. Heute bei Auftritt in Gremberg. Checkt es ab. Viele Leute hier, auf jeden Fall viele Ecks. Checkt alles ab. Seid gespannt, meine Freunde. EZ, EZ. Jetzt haben wir hier Tatverdacht, endlich in Köln. Tatverdacht aus Herne, Haar, Haar City. Der absolut krasseste. Ich habe dein Video gesehen. Wie hieß das nochmal? Dieses totale Schmetter-Dingsbums da. Alles kaputt. Ich misshandel. Ich misshandel, genau. Wie lange habt ihr gebraucht, das zu drehen? Weil da ganz ehrlich, drei, vier Stunden war das fertig. Drei, vier Stunden. Stunden. Ich habe nur Kinder davor gesehen, die haben gesagt, tschüss, du hast alle gedisst. Irgendwie. Nein. Alle weg irgendwie, alle kaputt. Nein, wir haben keinen gedisst. Wir haben einfach Mucke gemacht. Wir haben den Beat misshandelt. Und ja, und das war ja auch in sechs Wochen oder so, hat das 180.000 Klicks oder so irgendwie so bekommen. Und ja, Alter, das wird gefeiert. Was soll ich noch dazu sagen? Ja, gefeiert. Also feiern wir die Scheiße. Aber was kommt demnächst raus? Das wollen wir wissen. Was passiert jetzt hier? Misshandlung ist vorbei. Was kommt als nächstes? Der Mord? Nein, später. Ja, morgen kommt noch ein Videoclip raus mit Prinz Ferro aus Hamburg. Grüße nochmal. Ja, das kommt morgen raus. Und danach, da werden auf jeden Fall noch drei, vier dicke Videos, werden auf jeden Fall noch rauskommen. Vielleicht ein Album, aber erst nach Halt die Fresse TV und so. Also jetzt erstmal Halt die Fresse TV. Gleich sehen wir dich noch auf der Bühne. Bist du hier für Biggie Branks? Ja, also gleich bin ich für meinen Bruder Biggie Branks, Alter. Humboldt, ne? Check den auf jeden Fall ab, Alter. Killer Typ, netter Typ auf jeden Fall. Bist du noch Single? Ich bin Album, Bruder. Und der, Alter. Check den auf jeden Fall ab. Wir wollen hier alle heute richtig Spaß haben. Durchdrehen, Alter. Auf jeden Fall noch Grüße an alle Kölner und Herren, Alter. Okay, Biggie Branks, heute Abend deine Party. Alle hier. Der ganze E-Block da hinten. Ernfeld. Der ganze, was weiß ich, Korwalder? Ganz Korwalder ist hier. Und Rennberg. Hat jetzt noch jemand was zu sagen? Nein, ne? Von Schattenwelt natürlich. Darf nicht fehlen. Ne. Alle meine eingeladenen Gäste so. Jengi, Sarpuk, Splinter, Yasha und Vlad. Easy, Rap. Also der fantasiert nicht, die sind echt hier. Ja, D-Renn, Momo da Afrikaner. Momo! Komm mal, Momo! Komm mal, komm mal! Momo da Afrikaner aus dem Block. Hier ist Biggie Branks. Da ist Yasha, den ihr gerade seht. Hier ist Momo da Afrikaner, mein Bruder. Was geht ab, Alter? Entweder ihr feiert den Scheiß oder ihr feiert nicht, Alter. Und wenn ihr nicht feiert, Alter, könnt ihr meinen Arsch lecken. Ja, Bruder. Der war hart gesessen. Wie gesagt, Sieg mit meinem Bruder ist auch noch da. Heute meine Release Party. Danke an alle, die hier waren. Und ich liebe euch alle Male. Biggie Branks. Das ist halt der Merz. Einmal rauszugehen. Das wäre nämlich, das kommt nämlich vom Boss. Also alle bitte einmal rausgehen. Der Hälfte ist vorbei. Der ist der beste, Mann. Ich bin ehrlich, Alter. Ich bin ehrlich, Alter. Ich bin ehrlich, Alter. Homeboard-Trenten-Soldaten, sie stehen stramm. Wir marschieren durch das Land gegen Gegner. Hi. Mein Name ist Tolga Seca und ich moderiere heute. Mein Name ist von Format RTB. Die Biggie Brinks bringt nichts. Schön, dass du auch da bist. Wer bist du auch? La Money. Was? La Money. Fühlst du mich gerade? Ja. Achso, ich fühl mich gerade. Ich fühl mich ein bisschen beobachtet. Ich bin Tolga. Du, ja genau das musst du sagen. Mein Name ist Tolga und ich bin im Auftrag von Format RTB. Wie hört ihr hier? Hier. RTB. Wir haben auch eine Homepage. Thomas, dreh dich mal um. Wir haben auch eine Homepage. Zeig dir mal unsere Homepage. www.format-r.de Also einschalten und unsere Videos abgeben. Interviews drehen wir. Wir drehen auch Musikvideos. Mein Business. Also. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020